Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Dreh-Dimmer bzw. Dimm-Schalter richtig anschließen und vor allem auch richtig einbauen kann, dass man das Ganze natürlich auch für LED-Lampen hernehmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir bei uns jetzt an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hier sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal einen vereinfachten Schaltplan an. Wir kommen mit einer dreiartigen Leitung, in meinem Fall Nym 3x1,5mm² zu unserem Dimm-Schalter und von dort aus geht es ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung direkt weiter zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter meiner Zuleitung wird direkt auf den blauen Neutralleiter meiner Lampen geklemmt, genauso der grün-gelbe Schutzleiter hier und der meistbraune Außenleiter gelangt jetzt in unseren Dimm-Schalter hinein bei der Eingangsklemme, welche mit einem Pfeil gekennzeichnet ist. Dort wird es, ich sage einfach mal, gedimmt und von dort aus geht es dann nämlich auch schon weiter bei unserer Ausgangsklemme, welche mit diesem schrägen Pfeil und der Sinuskurve gekennzeichnet ist, direkt zu unserer Lampe. Bevor ich es vergesse, mein Leuchtmittel hier muss auf jeden Fall dimmbar sein, was meistens an so einem Aufkleber relativ gut erkennbar ist und mein Dimm-Schalter muss auch unbedingt für LED-Leuchtmittel dann geeignet sein, was bei mir hier jetzt auch recht gut ersichtlich ist. Sonst wird das Ganze am Ende nicht funktionieren und flackert relativ sicher. In der Praxis ist meine Lampe schon fachgerecht angeschlossen, wofür es auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gibt und nun muss ich mal noch die Zuleitung und die Leitung, welche zu meiner Lampe geht, um circa 10 cm abmanteln und anschließend hinten 1 cm überstehen lassen, dass ich auch noch eine entsprechende Zugeentlastung in meiner Hohlwanddose habe. Als nächstes lege ich mir mal beide blauen Neutralleiter und beide grün-gelben Schutzleiter hier nebeneinander, gebe das Ganze etwas in meine Hohlwanddose hinten rein, um einfach genügend Reserve zu haben. Dann kann ich es auch schon so nach oben umbiegen und nun nehme ich mir mal noch einen Seitenschneider zur Hand und kürze alles auf dieselbe Länge ab. Wenn wir das haben, isoliere ich mal meine Leiter hier hinten auf genau 11 mm für meine Klemmen ab und auch diese Außenleiter hier für meinen Dimmer auf 11 mm. Wenn alles vorbereitet ist, gebe ich mal die grün-gelben Schutzleiter hier in meine Klemme hinein und mache das selbe Spiel mit meinen blauen Neutralleitern hier auch. Sobald wir das haben, lasse ich die zwei Klemmen jetzt in meiner Unterputz- bzw. Hohlwanddose mal hier hinten drin verschwinden und wir haben diese auch schon fertig. Wichtigerweise ist, dass die Dose natürlich auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich jetzt den meistbraunen Außenleiter hier von meiner Zuleitung mal auf die zweite Klemme von rechts, wo dieser Pfeil auch nach innen geht und diesen Außenleiter hier, welcher zu meiner Lampe hochgeht, muss ich ja mal hier auf diesen queren Pfeil draufgeben, wo auch die Sinuskurve durchgeht. Sobald ich die zwei rechten Klemmen hier jetzt mit einem Schraubendreher angezogen habe, kann ich hier oben übrigens auch noch Feineinstellungen für den Dimmer vornehmen und diese zwei Klemmen hier links drüben sind auch noch für eine spezielle Wechselschaltung gedacht. Doch hierfür macht natürlich ein extra Video an dieser Stelle mehr Sinn, da das das ganze Thema hier auf jeden Fall sprengen würde. Bei mir passt es soweit, weswegen ich jetzt auch mal den Einsatz hier bei den entsprechenden Schrauben in meiner Hohlwanddose noch hineingeben kann und dann muss ich es natürlich auch noch entsprechend mit einer Wasserwaage ausrichten oder ich orientiere mich einfach an den entsprechenden Strichen hier. Falls du übrigens keine Hohlwanddose wie bei mir hast, sondern so eine Unterputzdose, gibt es entweder auch die Möglichkeit, hier oben und unten das Ganze mit den Schrauben festzumachen oder aber du kannst auch diese zwei Schrauben hier links und rechts einmal anziehen, denn dadurch werden hier innen drin bei unserem Einsatz noch zwei solche Krallen nach außen gefahren und dann hält das anschließend auch bombenfest in so einer Unterputzdose. Nun aber noch den Rahmen mit dem entsprechenden Einsatz draufgeben, dann kann ich nämlich hier mit etwas Druck auch diese kleine Sicherungsschraube noch hier hinten etwas festziehen, dass mein Rahmen anschließend auch wirklich fest sitzt und danach noch meine entsprechende Blende einfach vorne draufgeben und schon kann ich das Ganze jetzt nämlich auch schon verwenden. Sobald ich die Anlage wieder unter Spannung setze, kann ich das Ganze auch noch auf Funktionalität überprüfen und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, das Licht lässt sich auf jeden Fall dämmen und das Beste hierbei, das Ganze wird von dem Schalter hier unten auch noch automatisch abgespeichert, wie hell es ist und somit haben wir unseren Dimm-Schalter jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du jetzt übrigens einen Dimm-Schalter, ein dimmbares Leuchtmittel oder auch eines der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.